Ganz ehrlich, ich frag mich, wer diese Nachspielzeit erfunden hat. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, und mit dieser guten Frage moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge WerderTV Inside. Heute mit der einzig richtigen Reaktion auf das Spiel gegen Mainz. Also wir werden das jetzt heute nochmal sacken lassen, das müssen wir auch sacken lassen. Und wir schauen auf die anderen letzten Minuten des Werder-Wochenendes. Wir sind in der Nachspielzeit, geht da also noch was? Es wird nochmal gefährlich und wie gefährlich. Außerdem blicken wir auf das letzte Spiel des Jahres gegen Freiburg, verkünden einen Typ der Woche. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Gewinnspiel-Auflösung mit unserem Weihnachts-Uwe. Ho, ho, ho. Aber erstmal freuen wir uns auf die Premiere der neuesten Drama-Serie aus dem Hause WerderTV. Die Folge wird zwischen 5.15 Uhr und 5.18 Uhr. Die Folge wird zwischen 5.15 Uhr und 5.18 Uhr. Ich hasse Filme mit Überlänge. Dieses verdammte Gegentor war ein Schlag ins Gesicht. Das war einfach das letzte. Es tat weh, es tat sehr weh, weil sowohl die Einzelsituation ist unnötig als auch in der Gesamtheit ist einfach unnötig. Ja, ich kann mich an letzte Saison erinnern gegen Mainz, da war es ähnlich. Es ist einfach extrem bitter und es darf uns so natürlich nicht passieren. Sehr große Enttäuschung. Ich weiß nicht, was ich sagen muss. Wir müssen dieses Spiel gewinnen und wir haben das eigentlich nicht gemacht und das ist schade. Wenn man nach der 2-0-Führung dann noch ein Heimspiel verliert, vor allem in der Nachspielzeit, dann ist das natürlich sehr enttäuschend. Das ist aber unentschieden ausgegangen, aber gefühlt eine Niederlage. Definitiv eine gefühlte Niederlage. Der Punkt nehmen wir natürlich gerne mit, wobei die drei uns natürlich auch sehr, sehr gut getan hätten. Ja, ich war nach dem Spiel auch echt durcheinander. Das war, als hätte man zwei Spiele gesehen. Erst einen überragenden Sieg. Und dann eine Niederlage zum Vergessen. Und dann eine Niederlage zum Vergessen. Das anfühlt wie eine Niederlage. Und dass man eben dann auch positive Dinge irgendwie vergisst oder dass die in den Hintergrund rücken. Das ist wahr, dass ich viel Erfolg habe. Und ich bin glücklich dafür. Weil wir die Team brauchen. Und ich beginne zu verstehen, wie die Mentalität und wie die Team funktioniert. Aber ich habe auch noch den Garten am Ende der Legalisierung. Denn wir haben heute wirklich die Flüchtlinge. Dabei darf man so eine Leistung wie die von Ishak durchaus auch mal loben. Vier Torschüsse, drei Torschussvorlagen, zwei Flanken und dann sein erstes Bundesliga-Tor. Sehr, sehr gute Leistung von Ishak. Er war sehr präsent. Er war in der Box präsent. Er war im Tempo Dribbling präsent. Tolle Leistung. Und ja, er ist da wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft heute gewesen. Und wird das auch in Zukunft noch sein. Uns freut das für Ishak, dass er aus meiner Sicht heute ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Dass er immer wieder gefährlich war. Dass er viele Zweikämpfe gesucht hat, auch viele gewonnen hat. Unangenehm war und sich natürlich mit dem Tor belohnt hat. Das war eine gute Leistung. Und wir wissen, was Ishak für Möglichkeiten hat. Und wir nutzen jetzt unsere Möglichkeiten, um auf das Werder-Wochenende zurückzuschauen. Leider inklusive Nachspielzeit. Und das sieht dann auch bei der U23 so aus. Der Gegentreffer in der letzten Sekunde der Nachspielzeit wieder gegen Werder. Diesmal war es sogar das 0 zu 1 aus Werders Sicht. Am Ende hatte man nicht einmal einen Punkt in der Hand. Oliver Zarpel hatte sein Team für das letzte Spiel des Jahres wirklich sehr gut eingestellt. So hatten sie auch selbst Möglichkeiten zur Führung. Wie hier durch Johannes Eggestein. Es lief alles auf dieses 0 zu 0 hinaus. Bis eben zur zweiten Minute der Nachspielzeit. Und diesen Treffer von Stefan Hain. Werders U23 überwintert also auf dem 18. und damit den ersten Abstiegsplatz in Liga 3. Nicht auf einem Abstiegsplatz, aber dafür mit einer Niederlage. Verabschieden sich auch Werders Fußballfrauen in die Winterpause. Billard traf in der 40. Minute zur Hoffenheimer Führung. Annike Borbe hatte sich in dieser Szene zwar verletzt, konnte zum Glück weiterspielen. Passte aber irgendwie ins Gesamtbild. Heute hat es einfach nicht sein sollen. Aber ich bin der Meinung, dass wir einen Punkt verdient gehabt hätten. So aber mussten sie auch noch das 0 zu 2 hinnehmen. Und wie sollte es anders sein als natürlich in der Nachspielzeit. Tabea Wassmuth traf wirklich in der letzten Sekunde zum 2 zu 0 für Hoffenheim. Immerhin Werders Frauen liegt mit 9 Punkten mehr als im Soll in der Allianz Frauenbundesliga. Also auf Nachspielzeiten kann ich in nächster Zeit verzichten. Und genau deshalb haben wir heute auch einen ganz besonderen Typ der Woche. Eine echte Legende. Ein Mann so weise, man kann es kaum in Worte fassen. Hätten die Regelmacher auf ihn gehört, hätten wir am Wochenende, hätte Werder am Wochenende 3 Punkte mehr und 3 Gegentore weniger auf dem Konto. Unser Typ der Woche ist Sepp Herberger. Spiel dauert 90 Minuten. Okay, für den DFB-Pokal am Mittwoch gilt das natürlich nicht. Da erwartet uns ein ganz anderes Spiel. Ja, vom Ablauf her ist es nichts anderes. Außer, dass die Wand hinter mir heute eine andere Farbe hat. Und dass ich kein Wasser auf dem Podium habe. Aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich gleich. Naja, und eben ein anderer Gegner. Schließlich spielen wir gegen... Eine sehr kompakt verteidigende Mannschaft, die sehr viel Wert auf taktische Abläufe in einem defensiven Verhalten legt. Sie sehr eng verschiebt, sehr kompakt verschiebt in beide Richtungen. Also in die Breite und in der Höhe. Da sind sie sehr gut. Und dann dazu eine Mannschaft, die auch über viele taktische Mittel offensiv verfügt. Insofern, dass sie über Flügelspiel kommen, aber auch viel über zweite Bälle kommen. Also kurz gesagt... Gegen Freiburg. Genau. Und da wollen wir unsere Heimatserie ausbauen. Fast 30 Jahre hier im Weserstadion, im Pokal, ohne Niederlage. Und so könnte es ja auch weitergehen. Das sieht bestimmt auch unser Käpt'n so, auch wenn Juno am Mittwoch leider nicht dabei sein kann. Slutty müssen wir leider ausschließen. Der wird es auf jeden Fall nicht schaffen. Auch für Mittwoch nicht. Und bei Max ist der Stand unverändert. Wir werden alles tun. Es gibt eine Resthoffnung, dass er spielen kann. Und wir werden alles tun, dass das in Erfüllung geht. Ohne dass es eine Garantie gibt in beide Richtungen. Bei Max heißt es also noch Daumen drücken. Wäre ja auch schon gut, wenn er spielt. Ich meine, wer schießt denn sonst die Tore? Außer mir würde ich sagen... Äh, ja. Aber da haben wir doch auch noch mehr Jungs, die das Tor treffen. Da zähle ich nicht mit. Da kannst du, glaube ich, jeden Stürmer, der bei uns spielt, mit ausschreiben. Ach, wer auch immer. Hauptsache Heimatsieg. Egal wie. Von mir aus auch mit Nachspielzeit und Verlängerung. Ich bin eigentlich relativ froh, dass wir am Mittwoch nochmal die Chance bekommen, uns ein Erfolgserlebnis zu holen und mit einem guten Gefühl dann in die Pause zu gehen. Heimspiel, Weserstadion, DFB-Pokal. Los geht's. Alles klar, das war's dann auch mit Inside für heute. Volle Kraft voraus aufs DFB-Pokal-Achtelfinale. Und wer noch keine Karten hat, ran da. Es ist noch Platz hier hinter mir im Weserstadion. Kommt vorbei, unterstützt eure Mannschaft, unterstützt euren Verein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Anpfiff am Mittwoch. Und hier ist jetzt erstmal Zeit für den Schlusspfiff. Nachspielzeit war ja klar. Zum Glück passieren in der Inside-Nachspielzeit nur gute Sachen. Denn jetzt kommt unser persönlicher Last-Minute-Sieg. Hier kommt Uwe. Als Grün, soll ich die Tüte schon mal hier hinstellen? Das gute Geschenk. Moin. Wie geht's dir? Ich bin ein bisschen, aber nur ein bisschen krank. Ich bin schwer krank. Mir ist kalt, Alter. Ich will was Warmes. Alter. Im Gedicht heißt das ja auch was Warmes. Ehrlich. Mir ist schweinekalt hier. Glühwein. Samstag, die erste Halbzeit super. Über die zweite rede ich nicht. Und ganz komisch. Es ging mir genau nach der 94. Minute ging's mir schlecht. Mir geht das ehrlich nicht gut. Alter, die Erkältung hat mich weggemacht. Dicke Augen. Ich konnte am Sonntag nichts mehr hören. Vielleicht wollte ich auch nicht. So als Ausrede. Also ich finde, die erste Halbzeit war richtig super gespielt. Aber die zweite Halbzeit, na gut. Ich bin auch krank geworden. Ich war draußen auf dem Vorplatz. Und auf einmal jubeln ganz wenige. Das waren dann die Mainzer. Und dann kam meine Erkältung. Da kam die Erkältung so rausgeschossen. So Leute, ich habe hier noch ein bisschen Grünzeug. Das, was da an Gedichten reingekommen ist, das war ja wohl der Hammer, oder? Da kamen ja Fünfzeiler, Sechszeiler, Siebenzeiler. Da kamen ja ganze Bücher an. Goethe, Schiller, alle weg. Ab. Wir haben Künstler bei Werder Bremen in der Fanscene. Das ist unglaublich, was ihr da rausgehauen habt. Egal, wer hier dichtet, das ist das Ding. Das satte Grün am Osterdeich. Es wird bedeckt von weißem Weich. Und wenn wir in der Kurve stehen, können wir den hellen Stern am Himmel sehen. Er zeigt den Ort, wo Wunder viele verblüfften innen des Fußballs Spiele. Noch immer wohnt der Fußballgott an der Weser, nicht im Pott. Das, Leute, das war reine Poesie. DTH Forever. Dein Ding. Du bist es. Du bist der Gewinner. Du bekommst das coole Paket. Ich freue mich. Und ich bin ein bisschen neidisch. Ich will das auch alles haben. Das war nicht, das war nicht, das war nicht, das war nicht schön, das war mega schön. So was, so was habe ich mir gewünscht. Ihr seid so, das war so cool. So cool. Bis zum nächsten Mal.